Sie sind hier, 22. August 2018, 13.52 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern Nicole Rollser. Er, von Bayern München ist erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert, Urheberrecht Getty Images Frankfurt am Main, DFB-Frauentrainer Horst Rubisch nominiert seinen Kader für die entscheidenden WM-Qualifikationsspiele, mit dabei sind zwei Neulinge und zwei Rückkehrerinnen. Bundestrainer Horst Rubisch hat für die entscheidenden WM-Qualifikationsspiele der Frauennationalmannschaft zwei Neulinge und zwei Rückkehrer berufen. Auf Island am 1. September, 16.55 Uhr und den Verrühren am 4. September, 17 Uhr, dürfen Nicole Rollser, Bayern München und Maximiliane Rall, TSG Hoffenheim auf ihr erstes Alländerspiel hoffen. Felicitas Rauch Turbine Potsdam und Caroline Simon, Olympique Lyon, feiern ihr Comeback im Kader. Verletzungsbedingt fehlenspiel für Erin Jennifer Maroschan, Olympique Lyon, Hasret Kaikschi SC Freiburg, Katrin Hendrich, Simone Lauder, beide FC Bayern München und Lena Petermann 1. FFC Turbine Potsdam, positive Eindrücke im Trainingslager, die Spielerinnen wissen, was gegen Island auf sie zukommt und was sie besser als im Hinspiel, 2 zu 3. Recht machen müssen, sagte Rubisch, dass wir auf einem guten Weg sind, haben wir zuletzt im Juni beim Spiel in Kanada gesehen, als wir uns nach einem Rückstandklasse zurückgekämpft haben. Die Eindrücke beim Kurztrainingslager in der vergangenen Wochen seien positiv gewesen. Unsere Mannschaft hat die Qualität, um die WM-Qualifikation erfolgreich zu bestreiten, und ich bin davon überzeugt, dass sie diese auch gegen Island abrufen wird. DFB Frauen auf Platz 2 Die DFB-Auswahl rangiert in der Gruppe 5 der WM-Qualifikation nach 6 von 8 Spielen hinter Island, 16 Punkte, mit 15 Punkten auf Platz 2. Nur der Gruppenjaste qualifiziert sich direkt für die WM 2019 in Frankreich. Unter den besten vier Zweiten der insgesamt sieben Gruppen wird im Rahmen von Playoffs im Oktober und November der letzte europäische Teilnehmer für die Endrunde ermittelt. Der Kader im Überblick Von Sportinformationsdienst Untertitelung des ZDF für funk, 2017